So Dracula kommt zu Frankensteins Monster. Dracula sagt, Guten Morgen, Franki. Frankenstein sagt, Es ist aber nicht der Morgen, es ist die Nacht. Dracula kommt zum Wolfmann. Dracula sagt, Guten Morgen, Wolfi. Der Wolfmann sagt, Aber es ist nicht der Morgen, es ist die Nacht. Dracula kommt zu Bigfoot. Dracula sagt, Guten Morgen, Big F. Bigfoot sagt, Es ist aber nicht der Morgen, es ist die Nacht. Dracula kommt zu Mr. Hyde. Dracula sagt, Guten Morgen, Heidi. Mr. Hyde sagt, Es ist aber nicht der Morgen, es ist die Nacht. Dracula kommt zu Godzilla. Dracula sagt, Guten Morgen, Zilla. Godzilla sagt, Es ist aber nicht der Morgen, es ist die Nacht. Dracula kommt zu King Kong. Dracula sagt, Guten Morgen, Kong. King Kong sagt, Es ist aber nicht der Morgen, es ist die Nacht. Dracula sagt, Draculas Freunde sagen, Hey Drac, es ist die Nacht. Warum sagst du, es ist der Morgen? Dracula sagt, Für mich ist die Nacht der Morgen und der Morgen die Nacht. Das ist 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 die Nacht.